also München zurück ich verstehe nicht was? was habe ich gesagt? rum geht's was habe ich gesagt? das hat mir nicht zugehört bis heute ist der Weg also kommt hin ungefähr, würde ich sagen der nächsten Gegner Boss geht so alles nicht der hat aber so groß in der Herzen ok man kann jetzt spinnen ich hasse alles, ich hasse alles ich kann jetzt spinnen mach ich spinnen ich treffe den von hier unten nicht mehr so richtig als heute weg also ich treffe den schon, weil hier wieder das Geschoss reflektiert wird wahnsinn ich komme mal hoch, ja? also ich versuche mal hoch zu kommen ah das ist nicht so ganz einfach ich bekomme mal wieder keinen hoch ich hasse alles hallo okay oh god, oh god ich bin nicht eingeschüttelt jaa ich komme mal nicht zum Boss jaa ich komme mal nicht zum Boss Das machen sie auch schon mal. Ah, wir haben auch nicht einzufrieren. Brauchst du auf die nächste Karte? Ich hab die aufgepackt. Der letzte Karte? Oder wo? Sonst. Eigentlich. Die Kiste machen wir jetzt nicht auch noch aus. Jetzt bin ich gleich wieder hier. Alter, was zum Fick. Ist das überhaupt Schlag-Horter? Schling-Horter? Ich bin nicht mehr. Unangenehm. Ah, ich muss mal hier kurz vorbeilaufen. Mana-Horter. Jetzt sind wir vielleicht noch mit 7-Mahnen rein. Schlingender Horror oder so. Keine Ahnung. Da haben sie auch schwäbische Horrorfalls geschehen. Weiß ich nicht genau. Wie sterben sie mal, die schwäbische Horror? Sirbische Horror. Er hat Geld aufgesiehen. Ja, natürlich. Die mit den Schilden. Was kommt jetzt noch? Also wenn ich wieder ran komme. Wenn ich wieder ran komme, dann will ich ihn tot schlagen. Was hat der Terror gemacht? Ja. Die mit den Schilden. Die mit den Schilden. Was hat der Terror gemacht? Das wird jetzt doch am Anfang gekommen. Das ist der Trick dabei. Das kann ich hier nicht machen. Das ist nichts dafür, wenn du es falsch spielst. Ich bin so blöd und zieh die Rüstung aus. Also ich bitte dich. Oh ja. Oh ja. Der Trick ist ja das gute Zeug am Anfang zu bekommen. ein bisschen Gerechtigkeit. Welche Welt lief zu sehen? Gerechtigkeit auf meinem Kanal auch noch. Gibt's keine Gerechtigkeit. Das ist schwer genug so. Muss nicht trinken. Ein bisschen mehr Alkoholiker und Trink. Alkoholiker hören ja auch nicht auf. Wieso kommst du da jetzt noch plötzlich runter? Ich bin ernsthaft. Ich bin doch schon mal dran vorbei gelaufen. Das hier Spinnen sind schon leicht nervig. Ach komm schon. Ich halte noch mehr Sachen auf. Ist jetzt aber auch mal gut. Niek. Nichts. 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 Achja, das ist mein iPhone zu lieben hier alles. Die Kiste hat noch nicht mal aufgemacht. Stimmt nicht. Ahja. Dreiviertelstunde sehe ich mich. Ich weiß nicht, ich habe nicht aufgepasst, wann ich angefangen habe. Gut, aber ich mache ja auch immer alles. Ne, wir haben ja nicht so viel Glück. Natürlich ist es nur Arachnaz und nicht Arachnos. Ah, doch. Ich will doch nur das geile Zeug aus der Kiste. Oh, das waren alle Nutz. Das ist quasi noch nass. Oh, ja. Easy. Gar kein Problem. Nämlich, ne? Ne, da oben war Ende, ne? Ich hoffe, ich brauche mir das alles golden. Also ist da bestimmt Ende. Ja, oben ist Ende. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Oder nicht zurück. Weiter. Ich bin ja ein Mana dran. Ich bin jetzt verdient, weil ich kein Mana benutze. Also nicht auch so. Das ist ein Nutz hier. Und jetzt habe ich mir auch noch so einen Nutz. Wie schön hier. Boah, was drin ist. Wie ist das Ei? Na, mach mal Omelette. Kann ich mal richtig mit dem Scheiß Rahmen bleiben? Oh. Wow, Alter. Ich bin komplett eingefroren. Ich muss mich jetzt weg, du. Alter, der friert mich halt maximal permanent ein. Nein. Ich muss mich mal wieder hin, was auch immer in der nächste Phase ist, du. Danke. Oh. Nein. Ich bin so weit. Ich bin langsam so ein bisschen stressig. Möchte ich mal sagen hier. Ein bisschen. Minimal. Minimal. Wenig. Meinen. Ich bin mocking mir aus. Meine Nachfindung. Ach so. Einschueite Schmau, ist das. Sehr schnell. Die Minuteierkeime. Die M fragments immune. Ah, was hab ich vergessen? Teufelsknecht? Ah, hab ich gefunden. Hab ich gefunden. Ich glaube, dass ich ihn gefunden habe. Ich bin echt geärgert, weil ich jetzt gewohnt habe. Jetzt hast du geholfen, dass du die Quest erneut gespielt hast, mit einem höheren Schwierigkeitsgrad. Die Supposition des Questbus auf der Gewölbe-Karte, den Klick mit der linken Maus auf der Quest-Mailgebühr einen schnellen Weg, hat drei Schwierigkeitsgrade und ein entsprechend empfohlenes Charakterlevel. Und das Spiel ist noch offen. Okay, ich muss erst das hier beenden. Was bist du denn da so? Siegen kann doch. Ich glaube, dass irgendwas Neues ist. Na, ich glaube, drei halb Stunden wird es nicht ganz. Na, so viel cool ist gelettet. Hauptsache, die sind jetzt nicht nur sehr schön, muss ich sagen. Scheiß Templer. Da gibt es doch nur noch den letzten, oder? Oh, meine Güle. Ich möchte ihn gerade... Ich möchte ihn gerade... Ich möchte ihn gerade... Nein... Ah, Bosse... Ich möchte ihn auch noch... Warte jetzt... Okay... Ich habe einen guten Tag auch hier gemacht, oder? Das ist doch... Wollen wir jetzt mal aufhören? Nein... Nein... Ich gucke doch einfach mal an Feuer, oder so. Oh Gott, das ist auch noch einer von denen, die ich nicht... Ah, jetzt bin ich da reingereist. Da wollte ich nicht reinlaufen. Was, glaube ich schon, was? Ich habe gleich keine Zeit zum Gucken. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Ich habe Haltrenge, okay. Ach so, wahrscheinlich, dass der Typ das schon gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, was er so näher ist. Ich habe keine Ahnung, was er so näher ist. Ich habe mal vor das einen da weg. Komm nicht weg. Komm halt einfach nicht weg von dieser scheiß Ziege. Gucken wir mal einen Stiefel mal hier. Ich habe auch noch einen Feuer, oder was ich meine mit dem Eis mit dem Einbanken? Ich habe hier das Angebogen gar nicht weg. Kann ich mal mehr hatten. Ich bin zu hoffen, ist halt so ungewöhnliches System. Ah... Easy! Was? Fühle mich zu Hause nicht. Stoppt ihr die Zeile oder was?